Wer hat an deiner Stelle das Lager verlassen? Ein anderer Gefangener. Bist du dasselbe, den du aus Essen gebracht hast? Ja. Wer war er für dich? Das ist niemand für mich. Einfach nur ein stummer Junge aus Italien. Ein stummer Junge aus Italien. Und für ihn wolltest du dich opfern? An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem Haufen Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Nein. Du sorgst dafür, dass die Mörder gut speisen.